Solle, howdy und herzlich willkommen wiederum zum Gas Station Simulator. Ich bin mal gespannt, was wir hier machen müssen in der Wüste von Schmeiß mich weg. Wir sammeln erstmal alles ein. Was ist das? Äh, ja. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas. Äh. Weg damit. Fällt eh nicht auf hier. Route 66 natürlich. Also irgendwo im Nirgendwo. Deswegen auch Kakteen. Können wir da reinspringen? Nein. Da. Telefon klingelt. Da müssen wir hin. Also machen wir das doch mal. Ist da hinten eine Stadt? Ist da eine Stadt? Können wir da hin? Hallo? Was ist das? Kann man die nehmen? Nein. Tada. Okay. Hey, Cousin. Leider nicht in Deutsch. Ja, thanks for standing in for me. Listen, I'm getting busy already, so I'll try to keep it simple. The station's just a little further ahead. When you get there, clean the place up. It's a mess. Danke. Also wir sollen aufräumen. Hier sieht's aus wie so. War ja wieder klar, ne? You've got everything stocked for the day, so you won't run out. There's a festival or something going on. The town over. So when it ends, get ready for some heavy traffic. In the afternoon, lots of people will be driving home overstate. Mhm. I'll try to send email with tips when I find a moment anyway, don't want you to panic. Actually, I bet you won't beat my daily earnings record. Haha. Okay, I gotta get going. See you, Cousin and good luck. Alles klar. Super. Also, wir sollen für unseren Bruder hier, ne? Dieses ranzige Drecksding irgendwie übernehmen, beziehungsweise verwalten, während er nicht da ist. Da drüben gibt's ein Festival. Hier geht gleich die Post ab. Schauen wir mal. Purchase a broom using a PC and equip it. Okay. Geil. Ja, das ist ein Monitor, das ist kein PC. Wo ist der Rest davon? So, broom. Wir brauchen einen Besen. Tools. Broom. Nice. Super. Broom is in the main tool for keeping your station clean. Find the dirty footprints or dirt stains. Nice. So, haben wir den jetzt hier drin? Filthy, dirty, clean. Okay, also rot, schlecht. Grün, gut. Um es mal kurz zu sagen, ne? Press tap to close. Machen wir gern. Okay. Ah, mit tap können wir auch hier das Rad aufmachen. Haben wir den jetzt? Wir haben doch gerade einen gekauft, oder? Nö, immer noch nicht. Warum hat er den ja nicht gekauft? Doof. Ja, status purchased. Wo kriegen wir den denn hier? Skippt das Ding doch her. Exit. So, wo steht der broom rum? Der muss ja dann hier irgendwo sein, oder kommt der irgendwo hin? And equip it. Hab ich doch gerade hier, oder? Ah, du musst links draufklicken. Super. Left mouse button to sweep. Gut, machen wir die Sauerei mal sauber hier. Immer gerne. Ich wisch, ich wisch. Einmal um den Tisch. Ich wisch, ich wisch. Wie ein wilder Fisch, ne? So, machen wir die ganze Sauerei weg hier. Ah, da muss man ja die Sauerei von deinem Bruder, Onkel, was weiß ich hier sauber machen, ne? Wie, fertig? Ist das erst die Hälfte? Was erzählst du? Wenn, dann mach mal richtig sauber. Unglaublich, ey. Unglaublich. Müllsäcke stehen auch noch alle rum. Ich frag mich sowieso was. Was ist das bitte für eine Tanke, ey? Sehen die in Amerika wirklich so aus? Ich hab keine Ahnung. Weil das ist ja offensichtlich Amerika, ne? Was ist hier? Hauptsache Regal da. Guck hier. Bier, das ist schön. Können wir da? Leider nicht. Ich wollte grad sagen, das ist ja schön gewesen. Dustbowl. Okay, so. Was müssen wir jetzt? Dispose the Trashbags. Können wir hier auch irgendwie so? Okay, packen wir mal weg. Wir nehmen wieder unsere Hand. Äh, lelelelelel. Da. So. Danke. Die nehmen... Wo müssen die hin? Most objects can be carried and thrown. If you throw things into the marked bins, you will get score based on the distance. And combo of how many successful throws in a row. What? Na so, schon mal nicht. Okay, wo ist er? Achtung. Hui. Das ist aber nicht gut geworfen. Hui. Willst du die... You are too close. Wie willst du die denn bitte weit werfen? Hä? Wie soll man die weit werfen? Hoch oder was? Guck, er lässt sie ja einfach nur fallen. Das ist ja Blödsinn. Hold rise... Ah, right mouse button. Okay. Hui. Ups. Hahaha. Nice. So, das probieren wir direkt nochmal aus. Er spielt nicht gerne Müllbasketball. Upp. Sehr gut. Echt jetzt? Und das mit allen hier? Oh, kann man ja auch Fußball spielen? Bestimmt. Aber die Dinger müssen weg hier. Ach, schön. Na, hast du bestimmt auch gerne. Den Müll von deinem Bruder wegräumen hier. Ah, wer macht das nicht gern? So. Fünf von zehn. Auch das hier sind wieder mehr als zehn, ne? Bob, you are too... Alter, laber doch keinen Scheiß. Krieg's gleich too close. Warte mal, wir haben's gleich. Ist der drin? Nein, der liegt davor. Buh. Wenn die Testerburger... Buh. Ach, schade. Alter, wo fliegen die hin? Als wenn der nicht kaputt geht. Kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir nicht erzählen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ah, komm. Machen wir das mal. Acht. Was fehlt noch? Neun. Wee. Nehmen wir mal den hier. Alter, ich gitt. Zehn. Bitteschön. Task complete. You can clean the toilet while waiting for the customer, if you want. Und... Natürlich, gerne will ich die Toilette sauber machen, ne? Gerne. Immer her damit. Uh. Komm, nochmal. Uh, uh, uh. Ist übrigens ein bisschen leise, weil einem eben die Ohren geplatzt sind. Ich hab das jetzt leiser gemacht. Aber, wie man sieht, ist das nicht so schlimm. Ah, schade. Ah. Hält nicht auf da hinten. Egal. Sieht eh aus wie das letzte Drecksloch hier. Äh. Äh, okay. Ah, dahinter. Bäh, guck dir mal die Fliegen an. Wir räumen einfach alles auf hier. Fuel to cars. Gerne. Auch hier. Washroom Cleaning Checklist. Ja. Checkliste. Wer lügt jetzt? Wer lügt? Das ist niemals im Leben. Boah. Alles musst du selber machen hier. Alles. Kann man das auch sauber machen hier? Nein. Gott. Fegen wir auch hier draußen. Da vorne wäre zum Tanken. Sieht so aus. Tatsache. Da ist ja. Ach ja. Das ist ja in Amerika noch so. Da gibt es ja noch Leute, die für dich tanken, ne? Äh, du. Linker Maus Button. Ja, würde ich gerne, wenn du hier nicht alles, äh, blockieren würdest. So. Fuel ordert 8,37. Ups. Bisschen zu viel. Aber passt schon. Ich hätte jetzt gedacht, was machst du damit rechts? Bitteschön. So. So. Der nächste. Was will der? Wo ist es? Wollen wir den Hut haben für? Äh. Hallo? Da oben. So. 8,67. Kriegen wir das hin? Achtung. Trommelwirbel. Keine Luft mehr. Bing. Äh. Fast. Fast. Uh. 5 Dollar Tipp. Nice. Surf Shop Customers. Alter, wie siehst du aus? Ob die uns mitnimmt? Hallo? Oh, du darfst nicht drauf. Halt. Nein. Hier. Halt. Ich will auf das Auto. Geht nicht. Scheißspiel. Moment. Warum darf ich das jetzt nicht nehmen? Hallo? Nein, will nicht. There is new email. Wo lesen wir die denn? Was ist hier? Weiß kein Mensch. So, haben wir hier die emails? Nope. Irgendwie ist das verdammt leise gerade. Ah, das. Hallo? Geht das? Idioter. Pass doch auf. Lol. Dafür gibt es Punkte. Komm her. Ich will immer den Leuten hier, wenn es sie geben. Bing. Bitteschön. Ich frage mich ja, diese Zapfsäule, wenn ich das sehe. Find a basketball court. Was? Wir sollen ein basketball court finden. Wo ist der denn bitte? Da hinten ist ein Warenhaus. Ich meine, klauen kannst du hier sowieso nichts. Wir machen jetzt gerade mal ein bisschen lauter, ja? Das ist mir wieder ein bisschen... Das Problem ist, gleich platzen dir wieder die Ohren. Pass auf. So, Music Volume kannst du mal auf 30 machen. UI Volume machen wir mal auf 40. So. Jetzt merkst du schon den Unterschied, ne? Kaputt. Also am Arsch hier. Wo ist hier der Basketballplatz? Da ist alles zugenagelt. Workshop. Kann eigentlich nur hier sein, ne? Dixi Klo. Ein Dixi Klo. Jo, 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 jo. Kannst du das umschmeißen. Pfft. Oh. Was haben wir hier? Wo ist der Basketballplatz? Customer at Cash Register. Oh. Okay, wir müssen um. Da ist er. Da ist der Basketballplatz. Okay. Road closed. Wo läufst du hier rum? Ich glaube, die gehen auf den Locus, oder? Wo kommen die auf einmal her? Moment hier. Was ist hier los? Aha. Piep, piep. Alles klar. Piep, piep. Ich habe dich lieb. Press shift to start the game. Nein, da. Das wird tun. Du bist ein Lebenssaber. Alter, wie siehst du aus? Der hat doch irgendwas geraucht, oder? Die auch hier. Die haben alle mit den Füßen in der Steckdose geschlafen. Guck sie an. Die eineigen Dirlinge hier. Da rennst du hier rum. Geh weg. Oh, natürlich. Kippen. Kippen, kippen. Über Kippen. Einzelne Donuts. Guck dir den Laden an und dann diese ässelnden Donuts. Bäh. Die würde ich nicht essen. Halt. Was passiert eigentlich, wenn wir es einfach so reinfallen lassen? Herzlichen Glückwunsch. Kriegst du umsonst. Da freust du dich, ne? Task completed. Ne, ich spiele jetzt kein Basketball. Hier sind Leute. Hallo. Die wollen was kaufen. 16 Cent. Jetzt müssen wir ein Auto reparieren, okay? Hast du gesehen? Die riecht sich unter den Achseln. Die stinkt schon. Bestimmt nicht gewaschen auf dem Festival, oder? So. Thanks. Äh, creepy. Creepy. Äh. Äh. Geht's nochmal? Nein, schade. Schade. Das wär lustig. Das wär lustig. Scan Combo 2. Woha. Ja, schade. Ja, der hat wenigstens mal was gekauft. You can play basketball 5 Dollar pro Ball and earn 10 Dollar per Basket you make from... Ja, genau. X-Star, wir reparieren jetzt das Auto. Du musst 5 Dollar bezahlen für jeden, den du dich triffst, kriegst du 10. Hm. Ja, hier ist aber kein Auto zum reparieren. Workshop customers can bring their broken cars here for emergency fixes. You start the repairs by hitting the green button on the side of the lift, while the car is parked on the lift. Okay. Alles klar. Ah, da kommt schon einer. Öl, Reifen, Doktor, schmeiß mich weg. Doktor Wibber. Ich würde sagen, bei der Karre hilft nur noch der Vorschlaghammer. Gehen wir weg da. Aus. Drei, zwei, eins. Hold shift to visualize. Okay, was ist hier los? Das ist kaputt. Äh, das hier. Bitte schön, ran da. Klippel die Klippel. Kann ich hier nicht so da rein tun? Muss ich das drehen oder was? Äh. Ah, du musst das rausholen. Aha, da hat jemand den Spiegel kaputt gemacht. Die Fieslinge. So, das hier können wir aufmachen oder was? Ne, wir müssen polieren oder so, ne? Ah, Scratches. Da hat jemand einen Kratzer drauf gemacht. Natürlich. Immer noch hier so. Klick left mouse button to interact. Ja, da passiert aber nichts. Ah, okay. So, und jetzt will er einen Reifen haben. Der war hier. Zack. Welcher ist egal. Einfach dran, das Ding. Passt schon. Ja. Minigame. Müssen wir uns beeilen. Raus mit denen. Ran den Reifen. Einschrauben. Und weiter geht's. Hui. Immer dran denken. Nur eine Demo, ne? Tada. 24 Dollar. Ja, nee. Ist klar. Task completed. Super. So. Während wir nichts zu tun haben, können wir mal wieder weiter den Besen schwingen. Das heißt nichts zu tun. Hier ist ja alles voll. Geh weg. Ich muss aufräumen. Hier liegt immer noch alles rum. Kann ich die jetzt mal aufheben, hier? Old Rice Mountain und was? Aha. Warte. Warte. Hey, du. Wollt's hin? Guck mal, die haben schon alles dreckig gemacht, hier, die Säcke. Überall. Die sind bestimmt auf Toilette, wetten wir? So. Also. Oh, ab. Wie ihr Sau. Aha. Guck hier. Kannst du mir mal verraten, was du da drin gemacht hast, du alte Sau? Warum rennen die alle über einen Kreis hier drum rum? Hoppst du denn immer anders dreckig? Jetzt wollen sie was kaufen. Das dürfte er gerne, ne? Nur nichts dreckig machen. Ich glaube, es wird immer schneller hier, ne? Kann das sein? Thanks. Genau. Alter. Was ist das bitte für eine Rotzbremse? Die sehen echt creepy aus, die Leute hier. Muss ich mal sagen. Ahaha. Der kauft viel. Verdammt. Herzlichen Glückwunsch. Der war umsonst. Ja. Bestimmt. Bestimmt. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Kann es sein, dass wir, je schneller wir sind, umso mehr Geld kriegen wir? Das wäre ganz interessant. Tipp vom Client. 32 Cent. Wow. Hammer. Aha. Ich war schneller. Kein Eis umsonst, ja? You're a life saver. Mu-ha-ha. Garage. Fuel. Überall. Leute. Wir haben nur zwei Hände. Guck mal auf die Uhr. Wir wollen auch mal schlafen hier. Ah, super. Bitte. Kauf. Schnell. Jetzt hier hin. Tanken. Rein da. Bzzzp. Wir brauchen die Kohle. 150 haben wir jetzt. In. Ja. Hier. Ran da. Wir müssen schneller. Schneller, schneller, schneller. Ist das nur der? Nein. Hinten. Der will auch noch. Komm. Alles im Akkord. Sonst ist er gleich fort. Garage haben wir auch noch wen, ne? Aber ich glaube, die warten nun endlich, oder? There is new mail. Erstmal müssen wir hier alle verarzt, ne? Wanda. Garage. Ihr habt doch keine Zeit. Sag doch. Ruhe. Hau ab. So. Nächste Cover. Von. Ja. Alles klar. Von ihr halt. So. Wie war das nochmal? Shift, ne? Genau. So. Da Reifen. Okay. Gibt mir einen Reifen. Danke. Reifen dran. Alles raus. Runter. Reifen. Jetzt hat er den einen wieder nicht gemacht, ne? Natürlich nicht. Was auch sonst? Komm. Ran da. Was ist das Bein? Für einen Bonus hier. So. Was hier wieder? Scratchy, scratchy. Natürlich. Ich mach das Zeug weg. Ich mach das jetzt mal weg hier. So. Wunderbar. Richtig schön sieht das aus. Was? Der ist noch nicht fertig hier. Warum ist der Reifen nicht fertig? Nein. Der soll nicht da dran. Der kann da hinten hin. Das ist egal. Das haben wir doch gemacht hier. So. Was klar ist noch. Kann es sein, dass das immer dasselbe ist? Alles kaputte raus hier. Das neue da rein. Los. Tada. Perfect Strike 1. Parts to repair 1. Der Reifen will nicht. 1, 2, 3. Ah. Der andere auch noch. Okay. Alles klar. Ja. Wissen wir was die mit ihrem Auto gemacht hat? Dass die immer die Spiegel kaputt sind, ne? Was machen die hier bitte? So. Fertig. Runter. Kann es wieder losdüßen. Viel Spaß. Tada. 30 Dollar. Guck. Da ist schon wieder wer hinten. Time left to end of task. Last task. 10 Minuten. Alter. Also verdienen können wir hier anscheinend ganz gut. So viele Leute wie hier rumrennen. Ups. Bitt schön. Weiter geht's. Beat your cousin's record and 24 hours. 215 von 400. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das schaffen wir nicht. 400 an einem Tag. Willst du mich verarschen? 224. Filthy. Ist das schon wieder alles dreckig hier? Du kommst jetzt zu nichts. Wo kommen die alle her? Das will do. Das will do. Yeah, yeah. So. Komm schon. 0.40 Uhr. Genau. Dieser blöde Hocker da. Der steht auch nur im Weg. Der steht nur im Weg. So. Wir haben geschlossen. Ich muss was anderes machen. Tschüss. ein bisschen sauber. Das ist dann auch ein bisschen sauber. Hier sieht es aus wie Sau. Aber du kannst den Dreck hier halt nicht sauber machen. Das ist das Problem. Wenigstens die Toiletten sind sauber. Sag mal. Bleib stehen. Das ist nicht richtig mit dir. Die machen nur Sauerei. Die machen nur Sauerei. Die Leute. Ich komme mal vor wie beim Hausflipper. Den wir übrigens noch nie gespielt haben. Uah. Jo. Ach, der Scheiß steht ja auch noch da rum. Der steht ja auch noch da rum. Den müssen wir auch noch weg machen. So, jetzt bist du wieder dran. Was willst du? Eine Dose Limo. Alles klar. Viel Spaß. You're a lifesaver. Die haben immer dieselben Sprüche drauf, ne? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ups. Hast du Glück gehabt? Diesmal. Ich bin schon müde. Jo. And then we'll do it. Then we'll do it. Yeah, yeah. Super. Äh. Ja. Und jetzt? Ah, jetzt willst du auf einmal bezahlen. Weißt du? Thanks. So, acht Minuten noch. Time left to end of last task. Okay. Wir müssen unbedingt mal die blöde Mail lesen. Ich weiß aber nicht, wo wir die kriegen hier. Kriegen wir die vielleicht hier? Äh, da, 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 da. E-Mail. Aha. Den nur Hauscleaning. Was ist denn jetzt hier alles? So. You're five minutes. Exit. So. Da müsste es eigentlich ruhig sein. Ist hier noch jemand? Nein. Mal gucken mal, ob wir noch ein paar Müllsäcke hier wegbringen können. Auf die Schnelle. Mann, Mann, Mann. Wir wollen noch die Müllsäcke wegbringen hier. Ganz ruhig. Basketball bin sowieso. So eine Niete brauche ich gar nicht probieren. Guck, jetzt rennt der wieder rum und macht hier alles tappen, ey. Arschgeige. Brennen sollst du. Was ist da rein? You were too close. Äh. Bup, bup. Thanks. Ja. Die hier müssen weg. Vorzugsweise. Äh. Da hinten hin. So. Willst du wenigstens das hier sauber kriegen? Geh weg. Halt deinen Müll für dich. Alter, unser Bruder hat hier einen Saustall hinterlassen. Hui. Mal Platz. Was? Eine zermatschte Dose. Auf Wiedersehen. So. Was wollen sie kaufen? Immer dasselbe hier. Immer das gleiche Spiel. Immer das gleiche Spiel, du. Immer. Wo sind wir? Da müssen wir noch gucken, ob wir unseren Bruder schlagen hier. Das weiß ich halt nicht. Oder Cousin ist es ja. Nicht Bruder. Der Cousin. Alter. Kann es sein, dass die im Moment nur Damen ankommen? Ja. Du machst den Dreck hier. Jetzt erzähl mir nicht, die geht wieder. Pff. Custom at Garage. Add Fuel. Alter. Halt. Der da hinten ist zuerst dran. Aber artet der richtig in Arbeit aus hier? Willst du mich verarschen? Hallo? So. Da rein. Ob irgendwas passiert, wenn wir das einfach voll machen? Bezahlt der das? Wir gucken mal. Boah. Da gibt es null für. Warte. Dann saugen wir das Benzin wieder ab. Schade. So. Ah, ganz ehrlich. Wer geht denn bitte hier 8,3 Liter tanken? Ist doch lächerlich. 6, 7, 8. Ah. Sehr schön. Hier das Haus. Cash Register. Garage. Oh nein. Nicht schon wieder Spiegel reparieren. Oh. So. Fahr an. Was hast du wieder gemacht? Lass mich raten. Spiegel kaputt? Was? Zwei Reifen? Hat der denn bitte gemacht? Ne. No, 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 no. Ganz das Ding? Uuuh. Bald haben wir keine Reifen mehr hier. Bip, 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 bip. Sehr gut. Wie der nur jeden zweiten nimmt, ne? Der Sack. Jeden zweiten nur. Unglaublich. So, rein, 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 rein. Neun Reifen. Welcher ist egal. Ran da. Hauptsache die Karre fährt. So. Weg damit. Neun ran. Los geht's. Vorher noch ein paar Bremsschläuche lockern hier, ne? Oder durchknipsen. Und dann passt das. Hinten auch. Und die Spiegel. Das kostet aber, Junge. Das kostet. Und überall liegen die Reifen rum. Überall liegen die Reifen rum. Und natürlich wieder die Spiegel. Die dürfen nicht fehlen. Ei, 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 ei. So. Oh ja. Ich möchte wissen, wo der mit seinem Auto gewesen ist. Echt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Alles am Arsch hier. Restlos alles. So. Hammert jetzt. Filthy. Ja, natürlich ist er ganz dreckig. Moment. Tschüss. Also. Stark ist er, wo er das Zeug hinwirft, ne? Das muss man sagen. 3,40. Da steht schon wieder, einer will tanken oder was? Nein, der will bezahlen. Alter, die stehen sich voll die Beine im Bauch. Ei, 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 ei. Und immer nur Schnappes, ne? Schnaps und Bier. Schnaps und Bier. Oder ein Joghurt-Ring hier. Und das bei der Hitze, mitten in der Wüste. Bäh. Ja, komm. Zwei Minuten haben wir noch, um unseren Cousin zu schlagen. Ja, genau. Mal weiter. Wollen wir jetzt irgendwas, was viel Geld bringt? Thanks. 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 Wollen nicht rum. Ich habe gerade erst sauber gemacht. Feinste Qualitätsware. Komm, laber nicht. Mach weiter. Wir haben nur eine Minute 50. Das will do, that will do. Okay. Und, pop. Sauern, ja? Ja, arbeitet echt in Arbeit aus. Nein, geh doch raus hier. Sauber machen. Hier wieder irgendwas los. Klar, was sonst? Das Ding immer durch die Gegend fliegt, ne? Lustig. So lustig. Tschüss. Tschüss. Ich bin ein bisschen nur am Aufräumen. Tschüss. Da ist noch einer am Fuel. Okay. On my way. Siehst du, wir hätten eben den einen nicht vergrault, weil wir einfach vollgetankt haben. Hätten wir es vielleicht geschafft, ne? Oh, der will viel. Der will viel. Bing. Uh. 3,96. Schade. Hätte klappen können. Hätte klappen können. Kommt schon, Leute. Kauft was. Hopp, hopp. Hier, du kaufst jetzt nur für 20 Cent oder so. Dann werde ich sauer. Tschüss. Ne, nix Garage. Da schaffen wir eh nix. In 30 Sekunden. Ja. Alter, wie sieht der denn aus. Sieh sie top für Arme. Danke. Wir haben es geschafft. Wir haben unseren Kollegen, unseren Cousin, haben wir übertroffen. Sehr gut. You have completed the demo and won the task. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und in diesem Sinne, ciao mit V. Aber wir haben sie gerade. Das war auf. Und hier war schon. Wie sieht die denn aus.